Ich bin Lea Ennerlein. Ich bin Malte Brandt. Wir betreiben die Sportart Eistanz. Und wir sind Nachwuchssportler des Monats Dezember. Also für mich ist die Faszination am Eistanz vor allem dieses Gleiten, dass man so schnell auf dem Eis ist, den Wind zu spüren. Und dieses künstlerische Element, dass man in seiner eigenen Welt ist, seine Emotionen ausdrücken kann. Also meine Motivation ist auf jeden Fall, dass wir uns beide auch motivieren können gegenseitig. Das ist auch sehr wichtig für mich. Und ich motiviere mich auch selber dadurch, dass ich kämpfe und dadurch die Erfolge, die ich schon erreicht habe, dass ich darauf zurückblicken kann und mich daran erinnern kann. Nein, das Training macht nicht immer Spaß. Am Ende des Tages, wenn man es dann geschafft hat, dann ist es schon eine Belohnung für einen selber auch. Man hat es trotzdem durchgezogen. Man steht dann trotzdem am Ende auf dem Treppchen. Und dann war es alles wert. Also unsere größten sportlichen Erfolge sind auf jeden Fall zweimal Nahrungsvideutschen Meister. Dann viele internationale Turniere. So waren wir auch auf dem Treppchen. Und jetzt waren wir auf dem ersten Platz bei der NRW Autumn Profil. Unsere Ziele sind kurzfristig erstmal die Grand Prix dieses Jahr, dass wir da bekommen welche. Und dann natürlich die Jugendweltmeisterschaft und Olympia. Das ist das große Ziel, aber auch für uns natürlich das große Ziel. Ich habe every faith in them, that if they work hard, they can get to whatever level they reach. They can represent Germany internationally and they can really make Germany proud. Ehrgeiz. Optimismus. Kochen. Zeichnen. Ein Lemur und er hieß Freddy. Es war Gwendung die Gans. Kunst. Mathe. Ronaldo. Messi. 22. 22. 3. 22. 22. 22. 23. 23. Vielen Dank.